Zum ersten Mal fand das Unternehmerfrühstück Viertel vor acht im September 2015 in einer Einrichtung statt, die sich unter anderem auch professionell mit dem Frühstück als solchen beschäftigt. Denn im Parkhotel Euskirchen gehört das Herrichten eines guten Frühstücks quasi zu den Kerndisziplinen des Hauses. Die Gäste nutzen an diesem Tag die Gelegenheit an einer nicht alltäglichen Führung durch das Parkhotel teilzunehmen. Back-of-House erhielten die Teilnehmer Einblicke in Bereiche, die man als Hotelgast normalerweise nicht zu sehen bekommt. So führte der Weg zum Beispiel durch das Stuhl sowie das Glas- und Event-Zubehörlager, durch die Hauptküche, Sozialräume und verschiedene Wirtschafts- und Verwaltungsräume. So manche Unternehmer zeigte sich erstaunt, dass das Parkhotel neben äußerst gepflegten Zimmern auch im Wellnessbereich alles biete, was man für einen entspannten Wochenendurlaub benötigt. Damit das Hotel aber darüber hinaus wirtschaftlich betrieben werden kann, legt man bei der Standortwahl eines anderen Hotels vor allem Wert darauf, dass vor Ort klassisches Unternehmer-Business herrscht.